Ich glaube, wir sind schon alle, inklusive Trainer und alles, das ganze Umfeld. Man hat schon gemerkt, dass alle mega happy waren und auch etwas erleichtert, dass wir das jetzt auch mal geschafft haben. Wir waren ja auch schon 18 im Final. Wir waren zweimal als 1 gesetzt und sind recht früh ausgeschrieben. Nach Olympia waren wir schon sehr enttäuscht. Es war wirklich eine schwierige Zeit. Es hat uns sehr gut gemacht, dass wir in die EM gehen durften. Dort war der Frust der Seele. Darum sind wir alle umso happier, als wir Europameisterinnen wurden. Wir hatten wirklich eine coole Party. Wir hatten beide auch sehr viele Leute dabei. Es war sehr nett an Wien. Wir waren beide Familien dabei. Auch unser Trainer ist mitgekommen. Wir haben es wirklich mega genossen. Wir spüren, dass alle mega glücklich waren in diesem Moment. Wir spüren, dass wir in diesem Moment nicht mehr in diesem Moment haben. Ich finde, es ist eine sehr coole Location. Direkt vor dem Bundeshaus. Es ist cool, dass wir wieder mit Zuschauern spielen. Und ich finde, es ist auch immer eine gute Stimmung. Und ja, das Schöne ist, dass es nachher einen kleinen Break gibt. Und dann kann man sicher auch am Abend noch mal zusammen sitzen. Und auch mal Sachen essen, die man sonst nicht immer an dem Turnier essen kann. Ich glaube schon, dass wenn wir unsere Leistung abrufen können und auf unser Level kommen, dass wir gute Chancen haben. Und das ist ja immer unser Ziel. Und ich glaube, wenn man es so an dem Fest hält, fährt man es sicher besser, als wenn man denkt, ah, jetzt sollte man und muss. Und ja, ich glaube, das hilft meistens nicht so.